Hallo und Willkommen zu Jacks First. Heute zeige ich euch mal wieder die Neuheiten von Bruder aus 2019. Also, sie haben hier so Dinge rausgebracht. Ich schätze, man kann sie ja im Endeffekt zusammenstecken. Und hier ist da eine Gefängniszelle, hier ist ein Polizist mit einem Port, hier ist ein Schreibtisch, hier ist was zum Hinhängen. Ja, und ich würde sagen, ich packe heute damit euch diese ganzen Sachen hier aus. Apropos, weil ich euch überhaupt noch nicht gesagt habe, die Gefängniszelle ist sogar sehr gut für uns, weil es passiert gerade drüben in der Bruderwelt was mit Johnny E. will. Und ja, ich möchte auch euch noch raten, bis ihr da vielleicht auch mal vorbeischauen könntet und euch dieses Video mal anschauen könntet. Auf jeden Fall kommt der wahrscheinlich da in Einzelhaft. Aber jetzt fange ich an. Weil ich Rechtshändler bin, fange ich von mir aus gesehen mit der Sache an, die rechts für mich ist. Also, ich sehe, dass das hier wahrscheinlich ein Krankenhaus ist mit einer Liege und auch einem Schreibtisch. Hier hängt eine Uhr, hier sind Monitore. Ja, und ich würde sagen, ich gucke da mal jetzt mal rein, was da so drin ist. Oh, wow. Zack. Ah, als erstes, hier, hier ist die Liege. Da kann man die so hochfahren. Mhm. Hier kann man dann niemanden drauf tun. Okay. Das ist ähnlich wie bei Playmobil, aber besser gemacht. Ah, hier ist auch schon unsere Ärztin. So. Oh, ein neues Outfit. Ein Mann mit einem karierten Muster. Hm, das haben die uns bestimmt wieder nachempfunden oder wie es auch immer heißt. Wir haben das nämlich als erstes gemacht. Aber jetzt auch egal. Das hier ist der Verletzte. Der liegt dann hier. Ah, hier sind schon die ganzen Zubehörteile. Auch dabei ein Rollstuhl. Mhm. Aber so wie es in Jack City ist. Jack City ist ja sehr modern. Deshalb ist es ein Rollstuhl, der sich elektrisch fahren lässt. Hm. Sieht aber nicht so aus. Aber auch egal. Da muss er halt mal in meine Werkstatt fahren. Da lässt sich das schon machen. Ui, die ersten Wände. Hier. Eine Wand. Mhm. Hier sind noch die Anleitungen. Ah. Mhm. Okay. Mhm. Okay. 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 Dann packe ich mal weiter aus. Was ist hier drin? Ah, noch eine Wand. Hier. Noch eine Wand. Ah. Und hier sind die ganzen Sachen für die Kranken. Die Krankenstation wird gleich Gestalt annehmen. Hier sind Aufkleber. Und jetzt baue ich mal die Wände zusammen. Hm. Okay. So. Okay. Ähm. Ich brauche noch so ein Ecke. So. Ähm. So. Ähm. So. Ähm. So. Da hat es lange gemacht. So. Fertig sind die Wände. Jetzt nur noch das ganze Zubehör anbauen. Das ist ja schon klar. Das ist ja schon klar. Das gehört da drauf. Okay. Hier wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Ich bin jetzt fertig mit dem Krankenhaus. Hier ist der eine Monitor. Hier ist der Schreibtisch. Hier ist die Wege. Jetzt kann man sich alles so einrichten, wie man will. Und hier ist auch die Pflegetanke. Das ist ja schon klar. Das ist ja schon klar.